Leute, die Folge war lang, die letzte. Habe ich gerade gesehen, wie soll immer die 44 Minuten lang war. Ich muss gucken, dass ich irgendwie meine Pokémon ein bisschen effizienter mit Items belege. Nein, da wird Bären, Zito Bären geben. Ich bin einfach aus dem Plan. Geht mir nochmal. Nur, falls X-Platz eine Siedel wäre. Das schon. Okay. Okay. Ich habe Drago auf 1 direkt. Das mag sein stärkstes. Nice. Hättest du durch. Warte mal rein. Spatz. Hättest du durch. Ab mal rein. Backpack. Jetzt geht's. Egal. Wir haben jetzt 2 mal Verteidigung gesenkt. Drei mal. Aber das vergeltet man das, das kann unser Ende bedeuten Ne, wir hatten durch Weil wenn wir ihn jetzt eliminieren Jetzt kommen aber die Bell drauf Da will ich weiter kämpfen Nein, Klinger kommt mal Let's do it easy. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann folgen wir ihn erstmal 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 Dann folgen wir ihm erstmal Dann folgen wir ihn erstmal geht's Oh, nice. Okay, what's up? Okay, what's up? Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice.